Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen bei den XRP Bros. Neuer Tag, neues Video XRP Deutschland. Leute, ist wieder mal am Start. Wie soll es auch anders sein? XRP Deutschland, wie immer am Start. Ja, und heute reagieren wir mal auf ein Video, was ich sehr, sehr interessant finde, zum Thema World Economic Forum, Klaus Schwab, The Great Reset. Und viele wissen ja gar nicht, was für einen krassen Einfluss das World Economic Forum in der Welt hat. Und da reagieren wir jetzt mal auf ein Video, was sehr, sehr gut recherchiert wurde. Und wie wir alle wissen, das World Economic Forum die Partnerschaft vor mehreren Monaten mit Ripple geschlossen hat. Und gerade Brad Garlinghouse in Davos schon oft eingeladen wurde. Wir gucken uns das Video mal an. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, Leute. Bleibt auf jeden Fall dran. Es ist sehr interessant. Verlinken wir euch auch unter dieses Video. Könnt ihr euch selber natürlich auch anschauen, wenn ihr Bock habt. So, Leute, um uns zwei und vor allem XRP Deutschland hier zu unterstützen, würde ich einfach mal sagen, wir abonnieren alle diesen Kanal. Und drücken so richtig, bam, 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 aufgefällt mir. In diesem Sinne, rein in die Olga. Erstmal ganz liebe Grüße an den Gunnar Schuster. Wir verlinken sein Profil auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Wirklich sehr, sehr gute Recherche zum Thema World Economic Forum. Und ich würde sagen, wir gucken uns das ganze Video jetzt erstmal an. Doch bevor wir darauf eingehen und wie das uns betreffen könnte, fangen wir mit dem Weltwirtschaftsforum und deren Geschichte an. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Was ist das Weltwirtschaftsforum? Wir müssen wissen, dass es durch Klaus Schwab 1974 als European Management Forum gegründet worden ist. Das Ziel war es, amerikanisches Management europäischen Unternehmen näher zu bringen. Und jährlich gab es dazu ein Treffen in Davos, in der Schweiz, wo unter anderem darüber gesprochen wurde, was europäische Unternehmen von amerikanischen lernen konnten. Und mit dem Ende des goldgedeckten Finanzsystems, das war 1971, als Richard Nixon den Goldstandard aufgehoben hat, und letztlich dem Ende von Bretton Woods 1973, In Zusammenhang dieser Entwicklung kam es auch zu einer Veränderung des European Management Forums. Und zwar, es kam zu einer Neuausrichtung von einem managementorientierten Ansatz hin zu wirtschaftlichen und sozialen Belangen. Zum Thema Finanzsystem haben wir auch ein Video mal gemacht, können wir euch am besten auch mal verlinken. Auch sehr interessant, gerade Bretton Woods System und so weiter, goldgedeckte Währung, diese ganzen Themen nochmal alles aufgerollt. Kann man sich auf jeden Fall auch mal reinziehen, sehr interessant. Das erste Treffen des European Management Forums hat 1974 stattgefunden. 13 Jahre später, also im Jahre 1987, kam es dann zu einer Umbenennung vom European Management Forum zum Weltwirtschaftsforum, so wie wir es heute kennen. Und durch die Neuausrichtung des Weltwirtschaftsforums in den Bereichen Wirtschaft und sozialer Angelegenheiten, kam es 1993 dazu, dass ein neues Programm eingeführt worden ist, das Global Leaders for Tomorrow. Was Teilnehmer darauf vorbereitet hat, zukünftige globale Leader zu werden, die sich sehr wahrscheinlich auch den Ideen und Prinzipien des Weltwirtschaftsforums verschrieben haben. Hier können wir einige der Teilnehmer der Klasse von 1993 sehen, der Global Leaders for Tomorrow. Das war einmal Barroso, der der Europäische Kommissionspräsident wurde, dann Angela Merkel, Wladimir Putin und ebenfalls Tony Blair. Also die Young Global Leaders des World Economic Forums kann man sich wie einfach eine Klasse vorstellen, also wie eine 10b zum Beispiel. Unter anderem wirklich nicht nur Putin, Merkel und so weiter, sondern auch Larry Fink, der Chef von BlackRock. Ich weiß nicht, ob er gleich nochmal drauf eingeht. Hier haben wir nochmal eine Übersicht einiger der Teilnehmer des Global Leaders for Tomorrow von 1993. Also über Barroso hatten wir schon gesprochen. Tony Blair wurde nur vier Jahre, nachdem er an dem Ereignis teilgenommen hat, Prime Minister von England und das Ganze dann für zehn Jahre. Und Gordon Brown war ebenfalls Teilnehmer des Global Leaders for Tomorrow 1993 und war dann der Schattenkanzler und wurde danach dann Prime Minister von England. Also insgesamt waren von 1997 bis 2010 zwei Teilnehmer des Global Leaders for Tomorrow Prime Minister von England. Dann war ebenfalls Bill Gates auch einer der Teilnehmer von 1993. Angela Merkel, die von 2005 bis 2021 Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewesen ist und natürlich Viktor Orban, der Präsident von Ungarn und ebenfalls Sarkozy, der von 2007 bis 2012 Präsident von Frankreich gewesen ist. Und sozusagen alle, die da waren und da, sag ich mal, Mitglied waren, sind irgendwann mal auch an die Spitze gekommen, in ihre Länder und und und. Ich sehe da so heftige Namen auch. Das ist doch heftig, wer da alles teilnimmt. Ja, die laufen auf jeden Fall dieses Programm alle durch. Und das sieht man ganz klar, besonders in Harvard und so weiter, in diesen ganzen Hochschulen. Die werden quasi einfach ausgebildet und kommen teilweise wirklich in dieses Young Global Leaders Programm. 1993 waren ebenfalls noch andere Politiker anwesend, wie beispielsweise Claudia Neute, dann Sabine Leutheiser, Schnarrenberger, dann Wolfgang Kubicki, dann noch Klaus Regling, der seit September 2012 der geschäftsführende Direktor des europäischen Rettungsschirms ist, ebenfalls Peter Hinze und viele andere Personen aus der Wirtschaft und Politik haben ebenfalls an diesem Programm aus Deutschland teilgenommen, wie beispielsweise Cem Özdemir oder Andrea Fischer oder Philipp Rösler, Guido Westerwelle, Matthias Döpfner, der 2001 an den Global Leaders for Tomorrow teilgenommen hat und 2002 wurde er bereits CEO von Axel Springer. Also wirklich gefühlt unsere ganze politische Führung auch in der Vergangenheit hin ist quasi beim World Economic Forum gewesen und das finde ich wirklich einfach krass. Die, wie wir hier sehen können und das ist nur ein Auszug, einen sehr starken Einfluss auf die Meinungsbildung in Deutschland haben. Hier ist noch mal ein anderer Überblick, wie weit das Netz von Axel Springer reicht. Das ist einmal Print, Online, Mobil und auch TV. Interessant ist, wer ebenfalls noch an den Global Leaders for Tomorrow oder wie es später dann gießen hat, Young Global Leaders teilgenommen hat. Es waren unter anderem dann Larry Page und Sergey Brin, also die Gründer von Google und Eric Schmidt, der dann CEO von Google geworden ist und aktuell im Aufsichtsrat von Google sich befindet. Wir haben ebenfalls Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, dann noch Mark Andresen, der sehr stark im Kryptowährungsbereich involviert ist. Das sollte definitiv auf eine Richtung hin, wohin sich das Ganze in der Zukunft entwickeln wird. Weiter haben wir Olaf Scholz als Beitragender zur Agenda des Weltwirtschaftsforums. Darüber sprechen wir gleich noch und natürlich auch Robert Habeck. Hier können wir es nochmal in einer Übersicht sehen. Olaf Scholz, Annalena Baerbock, die bei den Young Global Leaders gewesen ist und alle, die sozusagen jetzt gerade in Deutschland an der Macht sind, finde ich gerade heftig krass, dass die auch da mit am Start sind. Ja, wie gesagt, das ist unglaublich. Wenn man einmal diese Zusammenhänge sieht und da muss ich wirklich sagen, die Recherche ist sehr, sehr gut und das ist alles keine Verschwörung, Leute. Das ist wirklich diese ganzen Zusammenhänge, das ist unglaublich, wenn man dieses einmal versteht. Da geht er gleich auch noch nochmal drauf ein. Aber diesen Zusammenhang zu Ripple, Brad Garlinghouse, der auch beim World Economic vertreten ist und auch, sag ich mal, Leader ist und ja, die Partnerschaft zu Ripple. Wie gesagt, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Wir lassen das Video erstmal weiterlaufen. Und Robert Habeck und genauso Ursula von der Leyen. Und hier ist was Klaus Schwab zu dem Netzwerk, was unter anderem durch die Global Leaders for Tomorrow oder die Young Global Leaders, wie es später dann gießen hat, sagt, sie durchdringen letztlich die Kabinette. Er sagt also, dass über die Hälfte des Kabinetts in Kanada aus Young Global Leaders besteht. Und der Kopf des Weltwirtschaftsforums des WEFs, Klaus Schwab, ist ebenfalls durch ein ähnliches Programm gelaufen wie die Young Global Leaders. Und zwar ist er durch das Harvard Summer International Seminar gelaufen, das von Henry Kissinger geleitet wurde, also Heinz Alfred Kissinger. Kissinger finanzierte das Programm vollständig durch die Zuwendung privater Stiftungen und 1967 tauchten mehrere dieser Stiftungen auf der Liste der CIA auf. Und die Menschen denken immer noch, dass sie durch ihre Stimmabgabe entscheiden können, wer in die Regierung kommt oder nicht. Denn Klaus Schwab sagt, dass über die Hälfte des Kabinetts in der kanadischen Regierung durch das Young Global Leaders Programm gelaufen ist. Es sieht also sehr danach aus, dass das Weltwirtschaftsforum hinter den Kulissen die Fäden zieht. Doch was ist das Ziel des Weltwirtschaftsforums des WEFs? Das Ziel, was öffentlich dargestellt worden ist und auch in den Medien zu finden ist, das Weltwirtschaftsforum hat sich offen für die Agenda des Great Reset ausgesprochen. Das war vom 7. Oktober 2022. Und laut ihnen müssen globale Interessengruppen dringend zusammenarbeiten, um gleichzeitig die direkten Folgen der Pandemie zu bewältigen. Um den Zustand der Welt zu verbessern, startet das Weltwirtschaftsforum die Initiative des Great Reset. Spannend ist, welche Bereiche der Great Reset abdecken soll. Einmal die Zukunft der Nahrung, Blockchain, digitale Identität, Global Governance und das Finanz- und Geldsystem. Hier sieht man nochmal das ganze Programm vom World Economic Forum. Er hat das kurz nochmal angeschnitten. Besonders auch hier die Blockchain-Technologie, die mit vertreten ist. Für alle, die immer noch sagen, Blockchain-Technologie, Kryptowährung ist eine Blase, hat keine Zukunft. Hier sehen wir es auf jeden Fall und hier dann wirklich, wenn wir uns das alle angucken, gendern, alles, was auf der Welt gerade passiert. Ja, wir gehen jetzt nicht auf jedes Thema ein, aber guckt es euch mal an. Sehr interessant auf jeden Fall. Findet man in vielen Punkten heutzutage wieder auf jeden Fall. Da sitzen sozusagen die Big Bösse und die zukünftigen Big Bösse an einem großen, runden Tisch und reden den ganzen Tag darüber, oder was? Ja, die treffen sich, speziell treffen sich so einmal im Jahr. Das ist ja dieses Treffen in Davos. Und unter alle diese Big Bösse sitzt Brett Garlinghaus so, oder was? So sitzt das auf jeden Fall. Global Governance und das Finanz- und Geldsystem. Und was noch viel verrückt ist und schreib mir bitte in die Kommentare, ob ich das falsch sehe. Das ist ein Artikel vom 14. September 2022, ein Ansatz für inklusive und nachhaltige Städte. Und hier schreiben sie weiter unten, die Pandemie war ein Test der sozialen Verantwortung. Also verstehe ich das richtig, das Weltwirtschaftsforum schreibt, dass die Pandemie, die wir gesehen haben, die wir erlebt haben, den Lockdown, den wir erlebt haben, dass das nur ein Test gewesen ist? Eine große Anzahl unvorstellbarer Einschränkungen für die öffentliche Gesundheit wurde von Milliarden von Bürgern auf der ganzen Welt verabschiedet. Es gab weltweit zahlreiche Beispiele für die Aufrechterhaltung sozialer Distanzierung, das Tragen von Masken, Massenimpfungen und die Akzeptanz von Kontaktverfolgungsanträgen für die öffentliche Gesundheit. Und hier schreiben sie es, die den Kern der individuellen sozialen Verantwortung demonstrierten. Und zu diesem Abschnitt haben sie noch eine Grafik eingeführt, das sie als Geschäftsmodell der Kreislaufwirtschaft bezeichnen. Also sie bezeichnen die Krise als Kreislaufwirtschaft und zeichnen noch genau ab, wie das Ganze funktioniert? Doch es wird noch viel verrückter, was sie sagen und dazu schauen wir uns Yuval Harari, der unter anderem Berater von Klaus Schwab ist, an, was der zu sagen hat. Wir haben jetzt das Macht, zumindest nicht wir, aber einige Regierungen und Kooperationen haben zum ersten Mal in der Geschichte das Macht, um Menschenrechte zu hacken. Es gibt vieles Gespräch über Hacken, Computers, Hacken, Smartphones, Hacking Bank Accounts, aber die große Geschichte unserer Ära ist die Möglichkeit, die Menschenrechte zu hacken. Und damit meine ich, dass wenn man genug Daten und genug Computerspulten hat, dann kann man die Menschen besser verstehen, als sie sich selbst verstehen. Also was er im Grunde genommen gesagt hat, ist, dass einige Regierungen und einige Unternehmen die Macht haben, aufgrund der Daten, die sie gesammelt haben, dass sie nun Menschen beeinflussen können, Menschen hacken können. Also sie können letztlich die Masse der Menschen in die Richtung lenken, was sie gerade erreichen wollen. Und da möchte ich wieder zu unserem Video BlackRock und Vanguard navigieren, wo wir auch drüber sprechen, über diesen Supercomputer von BlackRock namens Aladin, der wirklich schon seit 1999 so viele Daten sammelt und quasi diese auch anwenden kann. Also quasi wie die Menschen reagieren, wenn eine Pandemie ist, wie dann, sag ich mal, die Investitionen getächtigt werden und so weiter, wo selbst Regierungen darauf zugreifen. Da siehst du diese Riesenmacht von BlackRock, diesen Quantencomputer. Also ganz interessant auf jeden Fall. Guckt euch das Video an, Leute. Dann können sie die Menschen auf eine Art und Weise manipulieren, was vorher noch nie möglich gewesen ist. Und das konnten wir in den letzten Jahren zur Pandemie und den Lockdowns sehen und das möchte ich nicht bewerten. Nichtsdestotrotz ist eines Fakt, wir konnten sehen, wie Menschen sich manipulieren lassen haben. Und er sagt ebenfalls, dass es den menschlichen freien Willen durch den Fortschritt der Technologie nicht mehr gibt und sie jetzt für uns entscheiden können, welche Nahrung wir zu uns nehmen, für wen die Menschen bei den Wahlen dann abstimmen, welche Sachen wir uns kaufen und so weiter und so fort. Und ebenfalls hat er in einem Interview folgende Sache gesagt. Nur eine Katastrophe kann die Menschheit und den Weg zu einem realen System der globalen Regierung öffnen. Also er sagt, dass nur eine Katastrophe dafür geeignet ist, dass die Menschen aufwachen beziehungsweise bereit dafür sind, dass zum Beispiel eine globale Regierung eingeführt werden kann. Und da möchte ich ganz klar den Punkt nochmal zu sagen. Also der Ernst Wolf, der spricht das Thema schon sehr, sehr oft an. Und er behauptet auf jeden Fall, dass wir quasi dieses neue Finanzsystem, also mit CBDCs, digitalen Zentralbankwährungen, nur bekommen, wenn wir quasi unser ganzes System einmal richtig crasht. Und wir wissen ja alle, dass unser System vor dem großen Crash gerade steht. Also gerade das große Wettwirtschaftssystem, das muss bald platzen. Wir haben so viele Blasen auf dem Markt und das könnte auf jeden Fall alles krass zusammenspielen, muss man wirklich sagen. Und dass bevor es zu dieser Katastrophe kommt, dass sie die Grundlagen dafür legen müssen. Also wir wissen jetzt, dass viele Länder auf der Welt schon sehr früh durch das Weltwirtschaftsforum beeinflusst worden sind. Wie beispielsweise Kanada, England und auch Deutschland. Und der aktuelle Premierminister von England hielt auch eine Rede beim Weltwirtschaftsforum und hat nochmal hervorgehoben, dass England neue Regeln braucht, dass die britische Wirtschaft einen Reset braucht. Und seit der Amtseinführung in 2022 können wir sehen, wie das britische Fund immer weiter und weiter am Fallen ist. Und sie hat gesagt, das ist eine Übersetzung, wir glauben daran, es unseren Vermögensschöpfern, Machern einfacher zu machen, Dinge zu erledigen. Großbritanniens Wirtschaft braucht einen Neustart, also einen Reset. Wir können den aktuellen Kurs des kontrollierten Niedergangs nicht fortsetzen. Also den Niedergang hier. Stattdessen müssen wir eine neue Richtung einschlagen. Ich werde uns auf diesen Weg in eine bessere Zukunft führen. Auch beim Euro sieht die Entwicklung nicht viel besser aus. Wir können sehen, dass seit 2021 es einen dramatischen Abfall gibt. Doch die Frage ist, was ist das Ziel des Weltwirtschaftsforums des WEFs und was können wir tun beziehungsweise wie können wir uns vorbereiten? Eine Sache konnten wir im Forbes-Artikel von 2016 schon sehen. Willkommen im Jahr 2030. Ich besitze nichts, habe keine Privatsphäre und das Leben war nie besser. Weltwirtschaftsforum mitwirkender. Viele Fragen, warum müssen, sag ich mal, Krisen passieren, damit quasi die CIs eingeführt werden. Also genau, weil Leute das nicht akzeptieren werden. Muss man ganz klar so sagen, das Bargeld verschwindet. Gerade wie es hier steht, ich besitze nichts, ich habe keine Privatfähre und das Leben war nie besser. Im Thema noch, im Zusammenhang mit universelles Grundeinkommen und so weiter. Schwierig auf jeden Fall. Also ich würde es nicht akzeptieren. Und wenn man quasi ganz am Ende ist und die Regierung dann ein universelles Grundeinkommen bieten würde, ob dann das System wirklich dann laufen könnte, gehe ich ganz stark von aus. Also die Theorie ist krass auf jeden Fall. Ida Auken. Und wie sie das unter anderem erreichen wollen, ist über Zentralbankwährungen. Das ist ein Artikel von Ende August 2022 vom Weltwirtschaftsforum. Und sie sagen, Zentralbankgeld ist laut der Europäischen Zentralbank, die bis Mitte des Jahrzehnts einen digitalen Euro in ihren 27 Mitgliedstaaten einführen will, eine risikofreie, staatlich garantierte Geldform. Also bis ungefähr 2025 wollen sie den digitalen Euro einführen, der dann als sicherster digitaler Vermögenswert der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Und sie haben Ende September 2020 veröffentlicht, was wir aus den jüngsten Berichten der US-Regierung über die Zukunft der Regulierung digitaler Vermögenswerte lernen können. Und hier können wir sehen, wie stark die digitalen Zentralbankwährungen voranschreiten. Wir können sehen, rot bedeutet, dass hier geforscht wird, hellblau bedeutet, dass hier der Proof of Concept gerade stattfindet, blau, dunkelblau bedeutet, dass hier eine Pilotphase stattfindet und Türkis ist, dass es schon eingeführt worden ist. Doch folgende Sache haben sie nicht bekannt gegeben. Hört zu, folgendes wurde am 27.9. offiziell bekannt gegeben. Das ist echt übel. Die Regierung will eine eigene Kryptowährung einführen, die auch digitale Zentralbankwährung CBDC genannt wird und nun wurde es offiziell. Das heißt, eine digitale programmierbare Währung wird schon bald durch die Zentralbank oder Regierung eingeführt. Wo sie schon vorhin erwähnt, die Partnerschaft mit Ripple und dem World Economic Forum, die Testphasen, die schon jahrelang stattfinden, sag ich mal, mit Ripple in verschiedensten Ländern, die ganzen News zu den CBDCs, wir wissen ja, Chainlink, Ripple, es wird nicht nur ein Projekt laufen, aber Kryptowährung, Blockchain-Technologie ist die Zukunft und gerade, wenn man das alles sieht, finde ich die Partnerschaft, den Zusammenhang mit Ripple, finde ich einfach nur krass. Sie sehen und auch kontrollieren können, wofür du dein Geld ausgibst. Und zusätzlich stellt die Gates Foundation 200 Millionen US-Dollar für digitale IDs und andere öffentliche Infrastruktur bereit. Great Reset Bill Gates verspricht 200 Millionen Dollar für digitale ID und sehr wahrscheinlich werden die digitalen Zentralbank-Währungen mit der digitalen ID in der Zukunft verbunden sein. Also, der Wandel kommt und die Öffentlichkeit muss aufwachen und aufstehen oder akzeptieren, wie wir das hier sehen können, dass ihr Leben in der Zukunft sehr, sehr kontrolliert sein wird. Fakt ist eines auch, der Great Reset umfasst ebenfalls auch Blockchain und Kryptowährungen. Das heißt, jeder, der sich jetzt mit Krypto und Blockchain beschäftigt und jetzt in die richtigen Kryptowährungen investiert, kann in den nächsten Jahren durchaus lebensverändernde Summen an Geld verdienen und so letztlich von einer Veränderung profitieren, die wir jetzt gerade sehen. Denn die Menschen, die sich jetzt nicht damit beschäftigen, wie sie in den nächsten Jahren finanziell frei werden können und das kann durch Krypto durchaus möglich sein, werden, wenn beispielsweise digitale Zentralbank-Währungen eingeführt werden und das ist sehr wahrscheinlich, dass es kommen wird und digitale IDs eingeführt werden und das ist auch sehr wahrscheinlich, dass es kommt, in eine größere Abhängigkeit geraten. Ja, Leute, also wie ich zu dem Thema habe ich ja schon das meiste gesagt. Ich finde das einfach ganz krass und wie er sagt, wir werden in den nächsten Jahren, wenn wir jetzt in die richtigen Asset-Klassen investieren, finanzielle Freiheit erreichen und da glaube ich, dass Whipple ein sehr, sehr großer Punkt also mit XRP gehen wird und wir, sag ich mal, sehr, sehr viel Glück haben oder was heißt Glück, ja, die die richtige Entscheidung getroffen haben, jetzt schon in das Thema reinzugehen. Ich muss ganz klar sagen, liken nach oben und einen Kommentar schreiben wir auf jeden Fall auch. Ich bin wirklich super begeistert von dem Video, muss ich hier immer wieder sagen. Ich bin auch positiv überrascht über das Video und finde ich auf jeden Fall eine geile Sache, wirklich eine richtig geile Sache, das Video und eigentlich sagt er ja das, was wir schon seit Monaten, seit Jahren sagen, Luis, XRP ist die Zukunft, ganz klar, XRP ist die Zukunft, CBDCs werden mit XRP, mit Whipple laufen, abgesehen davon, am Anfang haben wir gesehen und darüber gesprochen, der Bread ist genau an der richtigen Quelle gerade. Ob man das alles gut findet oder nicht gut findet, ist zur Seite getan, aber Leute, wir unterstützen das natürlich nicht alles und das ist jetzt auch gar nicht eine Verschwörung oder so, es ist nun mal so, es ist Fakten, das sind alles Fakten, ihr könnt gerne selber forschen und selber einmal nachdenken und dann werdet ihr alle sehen, dass XRP die Zukunft ist, Leute, um uns zwei und vor allem XRP Deutschland, was übrigens die Zukunft ist, XRP und Deutschland, zu unterstützen würde ich einfach mal sagen, wir dücken alle dick auf, gefällt mir, schreiben einen Kommentar, Luis, auf jeden Fall, abgesehen davon, wenn ihr noch nicht diesen Kanal abonniert habt, dürft ihr gerne abonnieren, in diesem Sinne, raus aus die Holger, MMM,